Ähm, weil die halt relativ viel Erfahrungspunkte geben, so auf die Mast ist das schon echt nicht schlecht. So, in irgendeinem Mob brauchen wir doch noch. Oh. Königsspinne. Wow, 40%. Yay. Oh, das ist aber lau. Das ist aber echt nicht gut. Danke auch. Ich weiß ja nicht, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt jetzt. Ist ja krass. Oh, schade. Leider war das nichts. Okay, sehr gut. Da haben wir die Quest fertig. Leider nicht. Oh Gott, ist das. Das ist so richtig mies. Ganz ehrlich, das ist richtig unfair. Ich meine, eine Spinne haben wir nur gebraucht. Oh Gott. Und dabei wollte ich euch eigentlich ja nur eine Quest zeigen. Da. Soras Katakomben. Ähm, wartet mal. Wann geht es denn als nächstes für uns los? Einmal 18 Uhr? Ja, 18 Uhr würde die losgehen. Weil es gibt da eine Quest, wo ich mir so denke, Halleluja, warum zur Hölle gibt es da so viel Erfahrungspunkte? Soras verlorene Erinnerung. Da gibt es 2,3 Millionen Erfahrungspunkte. Und 115 Silber. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? 115 Silber. Why not? Und die Questen hier alle. Das ist doch schön. Oh, Malibu, Stacy. Gut, wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal in den Links rein. Ins Verlies. Dann können wir das da gerne machen. Und dann haben wir auch da wenigstens eine Quest fertig. Und naja. So, die Maulpflanzen, wie gesagt, mega nervig. Natürlich könnten wir das Reit hier auch appen, aber ganz ehrlich, das bringt leider überhaupt nichts. Und von daher lassen wir das einfach sein. So, kein Drop. Was für eine Ärgernis. Oder haben wir das schon? Haben wir nicht alle schon? Brauchen noch einen Nox-Kapitän? Ne, einen goldenen brauchen wir noch. Also das geht eigentlich auch. Klar. So, Land-Herausforderungen. Okay, dann machen wir. Was brauchen wir da jetzt? Riesenpixi brauchen wir. Okay, das ist überhaupt kein Problem. Guck mal, da haben wir ja schon welche. Da können wir ja einfach mal den machen hier. Die drei Trinke nehme ich immer sehr gerne mit. Tja, meine Trinke, wie gesagt, nicht so. Brauchen wir ja nicht. Und dann passt das schon. Verlies, Pingi. Und hier gibt es doch gleich einen Boss, ne? Und beim ersten Mal war das so eine richtige Pleite, ganz ehrlich. Das war richtig unfair. Guck mal, da haben wir den schon, den Hund. Den werden wir auch gleich machen können. Na los, aktiviere dich. Und ich glaube, haben wir die schon? Ja, okay. Dann gehen wir schnell raus. Und kommen wieder rein. Ist das die zweite? Ist das eigentlich die zweite Quest? Ja. Na gut, immerhin 82.000 kann man sich ja nicht beklagen. Von daher geht das eigentlich. Und da wir so unfassbar viele Urugaports haben, 20 an der Zahl, werde ich uns immerhin hin und her teleportieren. Wir haben sogar 25, jetzt haben wir 24. Was viel zu viel ist, meiner Meinung nach. Kladeschuhe. Oh, okay. So, zack und zack, Grünlinge. Das ist ja kein Problem soweit. Oh, was haben wir denn hier? Unicorn Meat? So, in der Zeit, wo das, wo ich jetzt da hinten renne, kann ich ja mal. Also das ist ein Witz, eigentlich die Statuswerte. Ich suche ja mit viel Ausdauer und naja. Aber so richtig habe ich leider noch nichts finden können. So. Oh, das ist gut, das ist gut. 50 Gold. Ne, meins war günstiger. Und Cashers hier, Äxte werden zwar immer verkauft, aber ich will ja gerne selbst eine irgendwie mir erarbeiten. Oder wie auch immer. Aber naja, leider kann man das vergessen. Warte mal, Rüstung, das ist genau. Genau, da haben wir sie. Also, das ist ein Top-Statuswerte, Stärke, Geschickigkeit, plus 40, aber 3 Gen, das ist viel zu viel, meiner Meinung nach. Aber gut. Und das Spiel ist abgestürzt. Wie soll es auch anders sein? Sehr schön. So, da bin ich wieder. Fraps, weiß ich nicht, was damit jetzt los ist, aber so richtig funktional wird das hier alles nicht. So, ich werde nochmal hier die Pixies kalt machen, weil die mir jetzt so ganz gut rumstehen. Ah, 5000 Erfahrungspunkte fast. Das ist krass. Bei dem 1-Skill hier, ähm, genauer Angriff weiß ich nicht genau. So viel Schaden macht der gar nicht, leider. Pinkies lasse ich jetzt mal aus dem Fall, ich habe jetzt keine Lust, die anzugreifen. So, Grünlinge, genau die waren hier drüben. Und da, oh ja, das wusste ich. Ich, das wusste ich. So. Wir werden kurz. So, das nochmal aktivieren. Weil ich der Meinung bin, eigentlich soll ich...